Geht die Musik los? Jetzt werde ich wieder preboten, um einen guten Eindruck zu machen auf dem Video. Ich habe auch gerade prebottet. Das ist wichtig. Und die WoW-Sounds werde ich anlassen. Und deine nur Sounds höre ich und die Musik höre ich. Deine Sounds sind nicht gut, Martin. Alles gut sein. Ich hoffe, ich habe das TS jetzt nicht mehr. Macht nichts. Das hat alles Vorteile. Okay. Geht schön laut. Das ist auch übernervig, Martin. Hast du das? Hm. Ich habe hier gerade nichts zu tun, Warte. Haha. Passt. Jetzt habe ich etwas zu tun. Go, go. Bam, weg bin ich. Ich bin jetzt drauf, was du magst. Und vertreib dich durch. Ja. Ja. Da habe ich mich bei Martin eingeloggt mit seiner X-Modistu. Wahnsinn, das ist nicht gut die deutsche Stimme. Ich kann ja jetzt nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Du hast erzählt sie dir die ganze Zeit. Ich habe kein Ziel. Schade. Ich habe kein Ziel. Das ist mein Rib ausgelafen für nichts. Es war echt nicht gut drin. Kommt von dem Boss. Ja. Ja, die Magic Sony bringt überhaupt nichts, die ist eben nichts ausgelaufen. Next Dispel. Die BOW-Sounds sind total laut. Ich im Recht Dispel. Next Dispel. Jetzt noch ein Dispel. Und wieder verteilen. Haltungsfoto. Eben mitputzen. Eben mitputzen ran. BAM BAM BAM. Liegt wieder einer. Wiener. 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 Freikorscher, Retto, Caramba. Letztes Mal in die Pfixen rein. Okay, ich schadke es in der Pfixen. Pass auf die Kopffekt. Er hat es. Und raus auf den Mar. Ach so, okay. Die wird wahrscheinlich. Das liegt aber, hm. Kann es ja nicht mehr sein. Ja, wir haben ihn geschafft. Keine 10 Trials, hm. Ja, wir haben ihn geschafft. Brauch ich gar nicht nachschauen. Ne, ist sicher nicht drin. Das liegt daran. Wenn ich überlebe, dann liegt der auf. Hör. Oh mein Gott. Die Regen wir gut. Aber den werde ich hier nicht kriegen. So, ich poste mal den Lot, dann geht das an. Und ich hab ihn schon an. Das ist so.